Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Dead Spacers Remake und ihr habt am letzten Part haben dann hier aufgehört und wir gehen jetzt erstmal wieder hier weiter Boah scheiße Boah schnell weiter, schnell weiter Boah wieder so ein Teil Tod Das lebt immer noch So jetzt ist das Teil tot Kann man nachladen Ich hab hier jetzt leider gar keine Munition mehr Hat ja keine Energie Äh warte mal gibt es hier noch irgendwo einen Weg Ah hier wahrscheinlich das Teil muss ich nehmen Ah da kriegst du das einsetzen Stimme müssen wir auch gleich in einem Kettenzoom also finden halt So hier ist ein Aufzug Äh sauerstoff ist voll Post Credits Ah da sind Leichen drin Oder sollten welche drin sind eigentlich Credits Äh Ja 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 Vielen Dank. Okay, das war so ein Autopsiebericht. Warte mal, das war so mitnehmen. Stausepräg. Okay, dann können wir da rein. Oder warte mal, was ist hier rechts noch? Da ist zu. Ah, warte mal, das Lied zugenommen hat. Ein paar Credits. Ah, warte mal, das Lied. Ah, warte mal, das Lied. Alter Scheiße, Mann. Ah, warte mal, das Lied. Warte mal, das kann ich hier dann je totreden. Ah, warte mal, das Lied. Ah, warte mal, das Lied. Ja, warte mal, das Lied. Ja, da steht doch, Mann, Mann. Sau, tot. Boah, scheiße, den nächsten. Boah, scheiße. Oh, ich bin tot, oder? Oh, fuck, ich bin tot, Mann, Mann. Ja, komm, ich muss jetzt nichts machen. Boah, mir kommt das wirklich so vor, als wäre die Waffe deutlich schwächer als die andere oder so haben. Ah, warte, wo sind wir jetzt wieder? Da wäre hier. Ich kann hier nochmal alles mitnehmen. Warte mal, dann haben wir hier noch was, dieser Textlog, dieser Berichter. Dann haben wir hier noch was. Und da liegt noch was. Und das war's, glaube ich, hier schon wieder. Vielleicht kann ich das irgendwie überspringen, hier, diese Sequenz. Na, leider nicht. Okay, jetzt schnell bitte killen, irgendwie. So, tot. Okay, jetzt kommen ja gleich die nächsten da. Warte, der ist schon mal tot, glaube ich, oder? Ja, der lebt noch. Boah, der ist ja auch wie die Munition irgendwie, oder? Alter, scheiße. Ich glaube, ich bin zum Glück herren. So, sind letztendlich alle tot? Danke. Ah, da fiel dann die Munition. Hast du den Rake des Käpt'ns? Verdammt! Ich übermittele jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Käpt'ns in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Jen passiert sein. Vielleicht finden wir was im Hauptsatz. Wo ist der jetzt, wenn man sie braut? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Bleist es sicher, aber du wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. Geht zur Sicherheitsstation. Ah, Sicherheitsfreigabe ist jetzt auf Level 1. Das ist geil. Dann können wir jetzt eigentlich direkt da weiter. Dann hier den Aufzug hören. Es geht hier nach oben. Oh Gott, ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorailstation ist offline. Außer, warte. Hier. Hey, zurück zum Flugdeck. Ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum. Okay, Hang-Anlage. Da muss ich uns das mal hin. Ah, da sind wir hier. Okay. Warte mal, kann ich da irgendwas machen jetzt? Stimmt, ja. Freischalten. Und was bringt mir das jetzt? Ah, jetzt hier. Knoten, geil. Okay, zwei Stück haben wir jetzt gerade. Warte, dann können wir eigentlich. Hast du, na hier eigentlich. Ja, ich schau trotzdem mal mit dem Shop rein. Eine Werkbank brauche ich mal wieder. Warte mal. Also. 5.000 Credits haben wir. 5.400. Ich würde sagen, Stase-Packs brauche ich nicht wirklich. Plasma-Nicke auf jeden Fall. Und Medi-Packs. Ja. Wäre eigentlich auch ganz gut. Aber Munition ist meistens immer wichtiger. Aber dann würde ich sagen, ich hole einen so einen Medi-Pack. 4.000, mit dem viel. Also ein Medi-Pack. Und dann auf jeden Fall noch dauerliche Munition. Okay, 1.000 Credits hätten wir jetzt noch. Warte mal, gibt es irgendwas, was ich einfach nur verkaufen kann? Ah, hier. Richtig 3.000. Äh, Plasma-Cutter-Upgrade. Warte mal, das kann ich doch eigentlich verwenden. Oder brauche ich da einen Werkpunkt dafür? Ja, ich glaube schon. Äh, Medi-Pack, Medi-Pack, Stause-Pack. Also, ich glaube, zu verkaufen habe ich nichts mehr. Dann könnte ich hier nochmal was holen. Plasma-Energie noch einmal. Okay, und vielleicht hier noch was. Okay, passt. Gleich, würde ich sagen, erst mal. Dann, wie sagen wir, speichern nochmal kurz. Oh ja, warte, ich schaue nochmal kurz rein beim Inventar. Aber ich glaube, wirklich für das Waffen-Upgrade, da brauche ich, ja, brauche ich wirklich ein Dings, eine Werkbank. Warte, wohin geht es noch? Ah, okay, da nach links. Ah, benutzen, oder? Hieran sollen wir. Jetzt mal, kann ich da, eigentlich kann ich hier auch rein. Okay, sehe nix. Ich glaube, hier waren wir schon mal drin. Da kann ich nochmal speichern, aber brauche ich jetzt gar nicht. Äh, benutzen. Ah, und jetzt müssen wir hier zum Hangar, oder? Gangstation sind wir gerade, ja, dann zum Hangar. Flugdeck, Monorail-Steuerung. Flugdeck, Monorail-Steuerung. Okay, wir sind da. Der hat mir wieder einen Schaub. Der hat mir wieder einen Schaub. Da hat man hier so ein Badezimmer, da schauen wir mal ein bisschen rein. Stimmt, da haben wir mal einen Gegner getötet. Okay, ich sehe nix mehr drin. Sicherheitsaufzeichnung abgerufen. Okay, warte, wir könnten hier nochmal speichern. Das mache ich jetzt mal kurz. Okay, zum Mitnehmen. Gibt es hier noch ein Boss? Ich glaube aber nicht. Dann müssen wir da weiter. Okay, wir sind wieder hier. Okay, warte mal. Du brauchst eine Schubbüse, um das hinzukommen. Um Aufzugsschacht, müsstest du direkt in den Maschinenraum gelangen. So, Kapitel 3, chaotische Akku ist. Warte, bin ich hier richtig eigentlich? Oder? Rechtes Maschinendeck. Wo genau ist das? Okay, einfach da nach hinten. Soll ich mich vielleicht ein bisschen beeilen? Warte mal da unten. Was soll denn da hin? Okay, dann hier runter. Boah, ich hoffe, das geht sich mit dem Sauerstoff so aus. Vielleicht hat da links noch eine Sauerstoffstation oder was auch immer gewesen. Also, wo ich halt meinen Sauerstoff auffüllen kann. Ah, das ist halt echt knapp gerade. Halt, da muss ich hin, Mann. Warte hier. Warte, genug. Das kann mir irgendwas an. So, mit Leinem verräts wieder. So, alles tot. Armee-Pack sogar. Hätte das, erst so er sehe nix. Warte, dann noch mal schnell zu dieser Sauerstoffstation dahin. So, wieder voll und wir sollen hier, ja, wir sollen hier rein. Aber ich bin, glaube ich, irgendwie wieder zurück oder so. Halt mal jetzt hier runter. Ach so, da geht's weiter. Jetzt hier nach rechts wahrscheinlich. Mache den Beruf. Okay, pauset. Ende des Vakuums. So, da kommen wir rein. Da, mal kurz hin nach. Okay, wir müssen dort nach hinten eigentlich. Das kann ich hier machen. Aber ich brauche meine Giros. Und ich würde sagen, ich heile mich einmal kurz. Habe ich jetzt da noch irgendwas? Äh, okay, zwar haben wir noch zwei kleine Midi-Packs. Ein Text-Log. Ein Logbuch des Maschinenraums. Ein Text-Log. Ein Text-Log. Okay, dann hier rein. Warnung. Orbitalposition beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Okay, Ziele abgeschlossen. Aktiviert die Steuerkonsole. Okay. Aber warte mal, das war jetzt glaube ich von der Nebemission da. Ich finde den Autopsie-Standort im Maschinenraum. Okay, das machen wir auf jeden Fall auch noch. Aber ja, gut, das haben wir gesagt. Das ist jetzt erstmal mit Erfolg. Ich hoffe es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.